Herzlich willkommen am Freitag wieder zum Blick auf die Gesamtmärkte mit WA Self-Invest und Fit4Finanzen. Mein Name ist Andreas Bernstein, Roland Jägen wird von der Wall Street zugeschaltet sein. Wir haben die Wirtschaftsdaten dabei aus dieser Woche und natürlich die interessantesten Aktien. Bis gleich. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, wir haben tatsächlich heute mal einen Sendetermin gewählt, der sicherlich auch wegen der Sommerzeitumstellung in den USA uns in die Karten spielt, wo wir auch direkt auf die Märkte live schauen können, welche Aktien sich denn heute stark bewegen. Genau, in der Regel produzieren wir das Format hier vor der Wall Street Eröffnung. Von daher, heute schauen wir auch mal live auf die Indizes und auch auf die Aktien der USA, dann nach der Kasseröffnung, die ja in dieser und auch in der nächsten Woche noch um 14.30 Uhr unserer Zeit stattfindet. Wir haben hier in der Tat mit dem Verfallstag auch ein hochkarätiges Event, wo man so ein bisschen salopp formulieren kann, Hexensabbat ist so das Wort unter den Börsianern. Man weiß manchmal gar nicht, wo die Kurse hinschwanken. Und genau das haben wir ja auch im DAX heute Morgen erlebt, möchte ich meinen. Gestern noch die 17.900 abends angegriffen und heute dann doch die 18.000 gesehen. Ganz genau, mit dem DAX können wir auch gerne starten, jetzt hier gerne im Endlos-Kontrakt, weil im Future wird man gleich sehen, haben wir jetzt schon deutlich höhere Kurse entsprechend weit über der 18.000. Aber im Kassabereich ist es weiterhin die 18.000, die uns hier auch beschäftigt. Aktuell knapp unter dieser Marke, das heißt nach den neuen Allzeithochs auch weiterhin jetzt eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Wenn wir dann den Future mal reinnehmen, seit heute sind wir dann hier entsprechend im Juno-Kontrakt. Das heißt, der März-Kontrakt ist eben heute um 13.00 Uhr unserer Zeit verfallen. Von daher sehen wir jetzt auch hier dieses Rollover-Gap. Das ist kein normales Gap, sondern das ist das Gap, das man halt viermal im Jahr hat, wenn der Kontraktwechsel stattfindet. Und im Future haben wir jetzt heute schon die 18.300 gesehen, sind jetzt circa 25 Punkte darunter. Aber weiterhin sieht man auch in einem extremen Bereich. Also wir können auch nach den neuen Allzeithochs, die wir hier ausgebildet haben am gestrigen Tag, recht hoch hier weiter quotieren und halten uns in einem überkauften Bereich. Mal schauen, ob dann vielleicht in der nächsten Woche doch mal ein größerer Rücksetzer folgt. Aber der Markt sieht aktuell noch nicht danach aus, sondern man sieht auch in den kleinen Zeiteinheiten, zum Beispiel am heutigen Tage, dass es auf jeden Fall Kaufinteresse gibt. Nach der Schwäche, in Anführungszeichen, die wir am heutigen Vormittag gesehen haben, hat der Markt sich erholt und hat dann wieder eine Aufwärtstendenz hingelegt. Entsprechend nach 9 Uhr knapp die Hochs von gestern nicht erreicht im Bereich hier von 18.325 im Future. Und ja, aktuell quotieren wir hier circa 50 Punkte unter den Tageshochs. 18.039 war es in der Kasse quasi das Hoch von gestern und am Mittwoch das erste Mal die 18.000 überschritten. Wobei überschritten ist ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Gelehnt 18.001 war da das Tageshoch in der Kasse. Damals wirklich in der Tat punktgenau fast getestet, hier entsprechend am Mittwoch. Und dann kamen wir etwas zurück und jetzt sind wir schon wieder im Bereich auch dieser Hochs. Aktuell knapp 10 Punkte unter der 18.000. Genau, also das wird eine Marke sein, die hat uns ja, wenn man weiter zurückscrollt, bei 17.000, also als runde Marke auch sehr, sehr lange beschäftigt. Vielleicht geht es bei der 18.000 auch jetzt ein paar Wochen seitwärts. Ganz genau, da haben wir uns sehr schwer getan. Ende Januar, Anfang Februar, bevor dann letztendlich der Ausbruch und der Rücksetzer hier auf die 17.000 erfolgte. Und ja, seitdem kannte der Markt fast kein Halten mehr. Ja, wir haben nur sehr wenige rote Handelstage hier gesehen, von daher eine sehr starke Bewegung von 1.000 Punkten in nur wenigen Wochen. Ja, und 18.000 ist auch das Stichwort für die Nasdaq oder den Nasdaq, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. Denn das war die Ankermarke, die sich in dieser Woche die ganze Zeit in der Kasse beschäftigt hat. Im Future sind wir drüber, auch locker 150 Punkte, glaube ich, über den Kassennotierungen. Und ja, da gilt es auch beim Verfall darauf zu achten, ob diese runde Marke über- oder unterschritten wird. Ja, ganz genau. Und der Nasdaq hat jetzt auch gestern und heute kein neues Allzeithoch ausgebildet, sondern er kommt jetzt hier etwas zurück, schon den dritten Handelstag in Folge. Versucht aktuell oder aktuell versuchen die Käufer hier das Value Area Hoch des aktuellen Jahres zu verteidigen. Sollte dies nicht gelingen, was aber bisher in den letzten Wochen immer eine wichtige Unterstützung war, könnte da vielleicht auch nochmal ein größerer Rücksetzer folgen. Entsprechend hier zum V-Web des aktuellen Jahres auf einem ähnlichen Niveau liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt, den ich jetzt hier nicht mit eingeblendet habe. Aber da sieht man, da ist durchaus auch Rückschlagspotenzial vorhanden, was aber insgesamt auch den Aufwärtstrend jetzt hier nicht brechen würde, sondern der Markt ist weiterhin sehr, sehr stark, aber nimmt jetzt etwas Luft hier und diese Konsolidierung tut ihm durchaus gut. Ja, apropos Luft, wenn man in die kleinere Zeitanheiten reingeht, hat der Markt ja heute mit einem Gap eröffnet und tatsächlich nach den Wirtschaftsdaten, die ja heute 13.30 Uhr über die Ticker gar kamen, Exportpreise, Importpreise, später die Kapazitätsauslastung, also die Wirtschaftsdaten tun momentan den Indizis nicht so gut. Ja, ganz genau, haben wir schon gestern gemerkt, hier entsprechend die Erzeugerpreise, die doch höher als erwartet ausgefallen worden sind, das hat gestern schon zu dem Dämpfer geführt und heute die Wirtschaftsdaten auch wieder als Katalysator für das Gap hier auf der Unterseite. Also hier ist die Daten auch im Future mal von 21 Uhr, also dem gestrigen Kasserschluss bis 14.30 Uhr ausgeblendet und dann sieht man den ersten Impuls auf der Abwärtsseite entsprechend. Jetzt sehen wir die Gegenbewegung, aber der Markt tut sich schwer. Der hier auch den V-Web des heutigen Tages zurückzuerobern, also die erste Bewegung wurde wieder stark abverkauft und das immer ein sehr, sehr guter Indikator, auch gerade in den kleinen Zeiteinheiten, ob die Bullen oder die Bären das Zepter in der Hand haben, weil ja unter dem V-Web des aktuellen Tages sollte immer mal sehr vorsichtig mit Long-Positionen sein. Ja, du hast schon gestern erwähnt, die Erzeugerpreise 0,3% Anstieg waren erwartet in der Kernrate 0,6% Warns, also mehr Inflation, als man sich gewünscht hätte und am Dienstag gab es ja die Verbraucherpreise und da war die Prognose 3,1% Anstieg, 3,2% Warns, also auch wieder höhere Inflation, als man erwartet hatte. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die nächste Zinssenkung ganz, ganz spät kommt? Ja, wir können da gerne mal drauf schauen, also die Zinsentscheidung steht ja in wenigen Tagen an, hier entsprechend in der nächsten Handelswoche und in der Tat hat sich das Bild hier auch schon wieder etwas gewandelt. Also wir haben, glaube ich, in der vorletzten Woche noch von vier potenziellen Zinssenkungen gesprochen, die hier eingepreist waren auf Basis des Fatwatch-Tools. Aktuell sind es wieder nur drei entsprechend, von daher die nächste, die erste Zinssenkung könnte in der Tat dann erst im Juni anstehen, aber aktuell auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Das heißt, das ist auch hier ganz sicher noch nicht in trockenen Tücher. Da werden sicherlich die Währungshüter auch ganz genau hinschauen, wie diese Wirtschaftsdaten dann auch im nächsten Monat ausfallen. Ja, das werden wir weiter natürlich auch mit kommentieren und da schaut die US-Notenbank FED natürlich auch mit Argos Augen drauf. Vielleicht noch ein Blick beim Nasdaq, was mir in Erinnerung gekommen ist, als ich das Minus heute gesehen habe, denn letzte Woche Freitag, da gab es ja auch einen ziemlich starken Abverkauf. Also dieses Thema Freitag nochmal beim Einkaufen, weil der Wochentrend positiv war, das kann man sich in den letzten Wochen knicken. Ja, in der Tat, hier sehen wir Ende der letzten Woche auch nach den Hochs der starke Abverkauf. Dann haben wir aber letztendlich diese Hochs auch wieder zurückerobert im Verlauf dieser Woche. Aber da war auch ganz klar hier Druck in den Märkten und insbesondere in den Technologiewerten vorhanden. Und die Technologiewerte sind ja auch im S&P 500 repräsentiert. Wenn wir uns den als nächstes anschauen, der war zwischenzeitlich ja schon an die 5200 fast herangelaufen und kommt jetzt auch ein kleines Stück zurück, wobei der Rücksetzer sich in Grenzen hält. Der hält sich in der Tat in Grenzen. Also hier sind wir noch ein gutes Stück weit auch vom Value Area Hoch des aktuellen Jahres hier entfernt. Also der aktuell etwas stärker in Relation auch als der Nasdaq. Das sieht man entsprechend auch auf Wochensicht, wenn wir uns dieses Bild mal mit reinnehmen. Entsprechend, ja, das hier Gap nicht verunsichern lassen. Das ist das Rollover Gap, weil die US Futures hatten ja schon seit Montag dann das höhere Volumen im Juno-Kontrakt. Entsprechend dann sieht man hier die neuen Hochs. Die konnten auch gestern nochmal letztendlich knapp überschritten werden. Aber heute entsprechend hier der Rücksetzer, den wir auch im S&P sehen. Aber der fällt nicht allzu stark bis dato aus. Ja, was aber stärker ausfällt, da kommen wir nochmal auf andere zu sprechen. Der Russell 2000, der ist wieder über 2000. Den können wir uns gerne hier auch mit reinnehmen einmal. Wo habe ich ihn? Genau, den haben wir auch schon im Juni-Kontrakt hier verfügbar entsprechend. Da muss ich mal gerade etwas rauszoomen. Der hat ja kürzlich versucht, hier auch aus der Range des Vorjahres auszubrechen entsprechend. Hat sich schwer getan mit dieser Marke von circa 2100 Punkten. Und ist jetzt wieder entsprechend zurückgekommen um circa 50 Punkte. Ist jetzt hier im Bereich von circa 2050, 2060 Punkten. Von daher noch über dieser runden Marke von 2000 hier im Future. Das ist sicherlich auch eine wichtige Marke, die es zu halten gilt. Aber aktuell in dieser Woche zeigt er wieder etwas Schwäche und konnte den Ausbruch aus der Range des Vorjahres hier erstmal nicht halten. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch der Dow Jones, wenn man sich die großen Indizes anschaut. Und der tut sich mit der 39.000er Marke weiterhin schwer. Mal drüber, mal drunter. So eine richtige Entscheidung gab es da noch nicht zu sehen. Genau, in der Tat auch eine Konsolidierung auf recht hohem Niveau. Im Future aktuell 39.235, die wir hier sehen. Er kommt auch leicht zurück. Schon am gestrigen Handelstag und auch heute scheint sich dies erst einmal fortzusetzen. Aber es ist auch weiterhin auf recht hohem Niveau. Von daher muss man schauen, ob hier auch ein Rücksetzer in der nächsten Woche etwas größer ausfallen. Könnte oder ob doch hier auch neue Hochs und vielleicht sogar die 40.000 winken. Weil die haben doch viele Berichterstatter und Analysten schon auf dem Zettel. Ja, ich habe die auch ein bisschen auf dem Zettel. Aber ja, der Zettel ist ja geduldig, Papier ist geduldig. Kam bisher noch nicht. Was aber viel schneller kam, als sich viele Analysten hatten vorstellen können, sind die Kursrekorde im Bitcoin, die 70.000. Die hatten wir am Montag kurz besprochen. Mittlerweile waren wir auch schon bei knapp 75.000. Genau, im Future ca. 74.500. Der Markt kam jetzt etwas zurück. Und wir hatten auch am Montag schon angesprochen, die alten Allzeithochs, die wir hier gesehen haben, 2021, die könnten schon eine signifikante Marke dann auch darstellen, zusammen mit der 70.000. Und diesen Bereich haben wir heute auch schon getestet, leicht unterschritten. Aber in diesem Bereich war durchaus kurzfristig in den kleinen Zeiteinheiten ein gewisses Kaufinteresse vorhanden. Von daher, das ist sicherlich auch eine wichtige Marke, die es vielleicht vor Wochenschluss hier zu verteidigen gilt. Darüber ist ganz klar der sehr, sehr starke Aufwärtstrend intakt. Unter dieser Marke, den vorherigen Allzeithochs, könnten aber auch vielleicht etwas größere Gewinnmitnahmen hier einsetzen. Und dann schwappt vielleicht das Kapital wieder in die Rohstoffmärkte hinein. Der Ölpreis ist sehr, sehr stark in dieser Woche oder aufs Wochensicht 4% im Plus. Und damit macht er sich nach oben auf, die letzten Wochen Hochs rauszunehmen. Genau, der hat in der Tat auch in dieser Woche jetzt gestern ein neues Jahreshoch hier ausgebildet. Also hat jetzt die 80 Dollar zurückerobert. Zwischenzeitlich ist man schon fast an die 82-Dollar-Marke herangelaufen. Von daher, der zeigt auf jeden Fall Stärke, nachdem er die letzten Wochen sich nicht allzu viel bewegt hatte, sondern es war eine Konsolidierung zwischen 76 und ca. 79 Dollar. Und jetzt ist er nach oben ausgebrochen und hat zwei sehr, sehr starke Handelstage hingelegt. Ich denke, auf der Oberseite ist auch etwas Raum vorhanden, bis in den Bereich von 73,5, vielleicht 74 Dollar. Das wäre vielleicht so eine kurzfristige Begrenzung oder ein Ziel auf der Oberseite, das wir vielleicht sogar innerhalb weniger Tage hier erreichen könnten. Jetzt fehlt im Grunde genommen nur noch eine Assetklasse. Der Goldpreis, den hatten wir ja auf einem Rekordniveau am Montag gesehen. Was ist denn seitdem passiert? Ja, den Goldpreis können wir uns auch anschauen. Der kam etwas zurück im Verlauf dieser Handelswoche, nachdem er wirklich auch sehr, sehr fast parabolisch hier sich bewegt hat, bis in den Bereich von 2.200. Kam jetzt etwas zurück und in den letzten drei, vier Handelstagen haben wir jetzt eine Konsolidierung, eine Range hier zwischen 2.160 und 2.180 ca. gesehen. Und eine Seitwärtskonsolidierung tut dem Markt durchaus auch gut nach dieser exorbitanten Rallye, die wir hier gesehen haben in wenigen Handelstagen von 2.050 bis 2.200. Das ist schon eine ordentliche Bewegung. Von daher tut diese Konsolidierung dem Goldpreis durchaus gut. Ja, denke ich auch. Und mal sehen, ob es auch Konsolidierungen bei den Aktien gab, bei den Einzelaktien. Ich räume mal die Woche von hinten auf, was die Quartalszahlen anging und habe ganz aktuell die Adobe im Schirm. Der Verlierer schlechthin kommt ja richtig unter Druck. Ganz genau. Und ja, die ist auch heute der schwächste Wert hier im Nasdaq, wenn man hier mal sortiert entsprechend nach der prozentualen Veränderung im Vergleich zum Vortagesschlusskurs. Und die haben gestern Quartalszahlen vermeldet. Und jetzt sieht man das große Gap auf der Unterseite. Die Aktie hat sich ja in den letzten Wochen auch schon schwer getan. Konnte diese Marke von ca. 585 hier nicht zurückerobern. Ist unter den 50- und 100-Tage-Durchschnitt zurückgefallen. Und das war so ein Widerstandsbereich, den wir schon in dieser Woche vorgestern und ja auch am Dienstag getestet haben. Und jetzt entsprechend das Gap auf der Unterseite. Damit haben wir auch den 200-Tage-Durchschnitt hier gerissen. Der Markt versucht oder ja tut sich aktuell schwer, die 500-Dollar-Marke auch am heutigen Tag hier zu verteidigen. Weil das ist eine Marke, die auch ziemlich genau übereinstimmt mit den Tiefs, die wir hier im letzten Jahr im September gesehen haben. Von daher, das ist auch am heutigen Tag eine wichtige Marke. Vielleicht kann sie zurückerobert werden. Ansonsten wäre das ein deutliches Zeichen von Schwäche, dass die Aktie nach diesem schönen Aufwärtstrend und der Seitwärtskonsolidierung jetzt vielleicht erst mal unter Druck gerät und in den kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrend übergeht. Die Zahlen an sich waren ja in Ordnung. Das EPS bei 4,48 Dollar, Umsatz 5,18 Milliarden. Und da hatten die Analysten nur ein EPS von 4,38 Dollar und einen Umsatz von 5,14 Milliarden, also 400 Millionen drüber, erwartet. Aber der Ausblick, der war es wieder mal, wie bei vielen Unternehmen, der dann die Sorgen vor einer Wachstumsdelle schürten. Weil gesagt wurde, man hat im Bereich digitale Medien nur einen Netto-Umsatz im zweiten Quartal von 440 Millionen. Und Adobe ist ja eines der Vorreiter der Innovatoren, was digitale Medien angeht. Und wenn da das Thema KI zum Beispiel nicht so einschlägt wie bei anderen Tools und Softwareanbietern, dann hat man ein Problem. Ja, das auf jeden Fall. Die KI-Fantasie wurde ja auch bei Adobe in den letzten Monaten und Quartalen gespielt. Aber wenn dann in der Tat hier die Zahlen nicht mit den Erwartungen übereinstimmen und insbesondere der Ausblick, da nicht dieses Wachstum prognostiziert, das vielleicht schon eingepreist worden ist in die Aktie, dann sieht man gerne mal auch solch einen stärkeren Kursrücksetzer. Ja, wir haben es übrigens immer noch nicht probiert, das KI-Tool von Adobe, wo wir uns mal am Strand ablichten lassen könnten. Warum nicht? Das machen wir nochmal. Wir gehen aber mal einen Schritt zurück. Dollar General oder Dollar 3 kannst du ja eins aussuchen. Die waren beide ähnlich vom Kursverlauf und von der Reaktion auch da. War der Umsatz und die Prognose so ein Stück weit hinter den Erwartungen? Das sind im Grunde genommen Einzelhändler in den USA, Dollar 3 sogar im Dow Jones gelistet, die im preiswerteren Segment waren, anbieten für 1 Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar. Genau, die Dollar 3 haben wir auch schon das eine oder andere mal hier angesprochen. Die ist im letzten Jahr aus dieser Seitwärtskonsolidierungsrange ausgebrochen, hat in diesem Jahr dann zunächst versucht, auch diese Marke von ca. 130 bis 135 Dollar zurückzuerobern und hat ja auch zwischenzeitlich sehr gut performt auf Jahressicht. Aber jetzt entsprechend das große Gap hier auf der Unterseite nach den Zahlen. Damit ist man auch wieder direkt unter diese Hürde hier, unter diese potenzielle Unterstützung zurückgefallen. Und diese Marke hat jetzt in den letzten beiden Handelstagen jetzt eher als Widerstand fungiert. Ziemlich übereinstimmend hier auch mit dem 100- und 200-Tage-Durchschnitt. Von daher, die Schwäche ist zurück in diesem Wert. Und ja, unter 130 Dollar sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und sich nicht unbedingt auf der Long-Seite positionieren, weil da könnte durchaus auch noch ein weiterer Abwärtsimpuls folgen. Wir kommen gleich nochmal an das Thema KI zurück von den Einzelhändlern mit einem Wert, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Jetzt große Überraschung auch für dich, UiPath, die hatten nämlich auch Quartals dann gemeldet und tatsächlich dann nach einer Achterbahnfahrt vollzogen, hoch, runter, hoch, runter. Also die Zahlen waren eigentlich gut, die Umsätze im vierten Quartal 22 Prozent über dem vom Vorjahr. Die machen Gewinn, aber es ist noch nicht der große KI-Wert, den man sich vorstellt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das noch. Also die Aktie war ja auch in einem sehr, sehr starken Abwärtstrend. 21, 22 hat eine lange Seitwärtskonsolidierung hinter sich, ist dann Ende des letzten Jahres hier wirklich angesprungen, über die vorherigen Hochs hier auch ausgebrochen. Also die 20-Dollar-Marke war da so ein bisschen die Hürde, die es zu überwinden galt. Und das ist dann entsprechend auch sehr gut gelungen. Und man konnte auch die höheren Kursniveaus hier halten. Und ja, seitdem ist es eine Range zwischen ca. 22,5 und 26,5 Dollar. Und ja, man kommt nicht so richtig vom Fleck, aber der Aufwärtstrend ist weiterhin intakt, möchte man sagen. Also die bullige Anordnung 50 über 100, über 200 Tage Durchschnitt. Von daher, ja, vielleicht nochmal ein kleiner Rücksetzer zu 22-Dollar-Marke und dann der nächste Aufwärtsimpuls. Also durchaus eine spannende Aktie, perspektivisch auch für die nächsten Wochen, die vielleicht durchaus hier Fahrt aufnehmen könnte und dann deutlich höhere Kursniveaus, die sie in der Vergangenheit schon mal gesehen hat, hier auch zurückerobern könnte. Ja, und damit kommen wir zum KI-Urgestein oder besser gesagt zum Marktführer zu Nvidia. Da gab es in dieser Woche mehrere Meldungen. Kursziele wurden hochgesetzt auf über 1.000 zwischenzeitlich. Und wir hatten auch eine Konferenz und zwar war die, ich will es ganz genau sagen, der Economic Summit bei dem Stanford Institute for Economic Policy. Und da war tatsächlich der CEO auch anwesend. Was der dann dazu gesagt hat, sage ich nach der Chartanalyse. Ja, die Aktie hat ja Stärke gezeigt, ist knapp unter die 1.000-Dollar-Marke in der letzten Woche hier hineingehandelt, kam dann zurück. Und in dieser Woche war es jetzt eine Konsolidierung zwischen ca. 870 Dollar und 920. Also die Range wird etwas enger, auch die man hier ausgebildet hat, nach der hohen Volatilität, die wir auch am letzten Freitag hier gesehen haben. Ja, von daher eine Verschnaufpause tut der Aktie auch wahnsinnig gut. Es ist ja weiterhin der beste Wert auch diesen Jahres mit über 70 Prozent zu gewinnen. Von daher eine Seitwärtskonsolidierung oder auch nochmal ein Rücksetzer zum 20-Tage-Durchschnitt und diesen kleinen lokalen Hoch, was wir hier Ende Februar gesehen haben, bei ca. 825 Dollar würde der Aktie durchaus gut tun und dann vielleicht auch nochmal neues Kaufinteresse hier wecken. Er hat tatsächlich auf der Konferenz gesagt, dass die Produkte so gut sind und da habe ich überlegt, hat der Höhenflug oder? Also es ist schon eine krasse Aussage, die sind so gut, dass selbst wenn die Konkurrenz ihre Produkte kostenlos anbieten würde, würden die Kunden zu ihm rennen. Das ist schon eine Aussage, da ist man noch sehr, sehr selbstbewusst entsprechend bei NVIDIA und ob es wirklich so wäre, wenn die Konkurrenz das kostenlos anbieten würde, wage ich zu bezweifeln, aber man hat natürlich sehr, sehr gute Produkte, die man hier liefert. Die anderen versuchen natürlich da entsprechend auch nachzuziehen, aber man ist ganz klar der Marktführer in diesem Segment mit seinen KI-Chips-Server-Prozessoren, die man hier anbietet mit einer exorbitant hohen Marge und ja, da darf man schon auf die nächsten Quartalszahlen gespannt sein. Die Aktie hat bisher kein Halten gekannt in diesem Jahr, konsolidiert auf hohem Niveau, von daher, ja, aktuell ist nicht unbedingt Handlungsbedarf in der Aktie vorhanden, aber einen Rücksetzer in den Bereich von 825 Dollar würde ich durchaus hier interessant finden. Ja, das gilt vielleicht für die USA, der Spruch, aber im Schwabenländle wird es vielleicht nicht. Und dann ist es immer gut. Ja, nochmal was anderes zu NVIDIA, Wells Fargo, da hat der Analyst nicht nur das Kostziel erhöht, wie ich eingangs gesagt habe, sondern hat auch geschätzt, dass man am GPU-Markt für das aktuelle Jahr einen Marktanteil von 98 Prozent sogar hat seitens NVIDIA. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist in der Tat der Wahnsinn, also in der Tat keine große Konkurrenz zu sehen, aber wir haben bei den anderen Chip-Werten auch, die wir analysiert haben, durchaus gesehen, da schläft man nicht und da kann man auch von den anderen, von der Konkurrenz schon einiges erwarten, auch in diesem Jahr. Das stimmt. Lass uns gerne mal auf die ARM-Aktien nochmal drauf schauen, die ja auch sehr, sehr fest notiert, heute auch wieder bloß über zwei Prozent und vielleicht sogar diesen Wimpel, wenn man so möchte, charttechnisch, oder dieses sich verengte Dreieck bald nach oben auflöst. Genau, das ist durchaus ein Szenario, das man hier für die nächsten Handelstage auf dem Zettel haben kann, also einen Ausbruch über diesen Bereich von circa 138, 139 Dollar kann man durchaus als Ausbruchsszenario hier sehen. Ich würde auch eher das Ausbruchsszenario auf der Oberseite hier bevorzugen, weil die Aktie ist ganz klar ja weiterhin in einem Aufwärtstrend. Es kann natürlich auch sein, dass der Bereich nach unten gebrochen wird, aber auf der Unterseite, wie gesagt, sind auch weitere Unterstützungen zu sehen, insbesondere der 50-Tage-Durchschnitt, der auch jeden Tag hier weiter nachzieht. Von daher auf der Short-Seite wäre ich etwas vorsichtiger bei einem Ausbruch als auf der Long-Seite, aber kurzfristig Intraday kann man natürlich da auch mal vielleicht eine Short-Position im ganz kurzfristigen Zeitfenster eingehen, sollte die Aktie hier vielleicht in der nächsten Woche Schwäche zeigen und nach unten ausbrechen. KI war auch das Stichwort zum Wochenstart mit den Oracle-Quartalszahlen, denn gerade in dem Sektor möchte man stark wachsen und da hat nicht Oracle etwa KI adaptiert und in die Pressemitteilung einfach mit aufgenommen, sondern die sind seit vielen, vielen Jahren mit ihren Datenbanksystemen an dem Thema dran. Bloß damals, muss ich mal sagen, hieß das maschinelles Lernen. Genau, unter einem anderen Begriff ist man da eigentlich schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte eigentlich mit dabei, in diesem Bereich hier auch zu investieren und Innovationen zu zeigen. Die Aktie hat auf jeden Fall auch diese Fantasie hier begeistert und die hat ein neues Allzeithoch markiert hier, über 129 Dollar, konnte aber die neuen Allzeithochs hier nicht halten und ist jetzt auch unter die alten Allzeithochs zurückgefallen. Von daher erstmal Schwäche jetzt in dieser Woche nach den erfreulichen Zahlen und jetzt muss man sehen, wie weit die Aktie zurückkommt. Spannend ist sicherlich diese Unterstützung bei ca. 117, 118 Dollar, also die vormaligen Hochs hier aus dem November und dann auch aus dem Februar diesen Jahres sollte die Aktie soweit zurückkommen, aber ansonsten über 128 Dollar ist sie natürlich auch weiterhin oder zeigt sie ganz klar Stärke und man sollte sich dann auch dieser Stärke keinesfalls entgegenstellen. Stärke hätte man gerne mal wieder bei Tesla gesehen, den Wert muss man unbedingt reinnehmen, denn da gab es genau das Gegenteil von Nvidia, da gab es Runterstufungen noch und nöcher und die Aktie trifft jetzt so langsam auf eine sehr, sehr starke und vermutlich auch aus den letzten Jahren eine der letzten Unterstützungen. Genau, eine potenzielle Unterstützung muss man sagen, weil man muss mal sehen, ob dort Kaufinteresse aufkommt. Also seit die Aktie hier auch aus diesem sehr, sehr großen Dreieck auf Tagesbasis ausgebrochen ist, zeigt sie weiter Schwäche. Auch hier der erste Rücksetzer wurde ganz klar wieder abverkauft im Bereich von ca. 205 Dollar, also das ist ein wichtiges Widerstandsniveau und jetzt in der Tat die Tiefs, die wir hier im April des letzten Jahres gesehen haben bei ca. 154, 155 Dollar, das ist eine der letzten wichtigen Unterstützungen, die es hier auch zu halten gilt und ja, da muss man schauen, vielleicht wird diese Marke in den kommenden Handelstagen getestet und sie führt zu einer Gegenbewegung, aber es wäre in der Tat auch nicht mehr als eine Gegenbewegung in dem kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrend, den wir jetzt hier sehen. 50- und 100-Tage-Durchschnitt, sie sind schon recht stark abwärtsgerichtet, 200-Tage-Durchschnitt aktuell recht neutral, aber da sollte man wirklich vorsichtig sein, also ein Grund für ein längerfristiges Investment bietet die Aktie hier charttechnisch auf jeden Fall aktuell nicht und unter dieser 155-Dollar-Marke, ja, könnte man fast hier die Tiefs vom Anfang des letzten Jahres anvisieren und die liegen dann nochmal ein gutes Stück weit entfernt bei ca. 100 Dollar, von daher aktuell die Schwäche ganz klar vorhanden in dem Wert und da ist eher Vorsicht geboten. Er hat tatsächlich auch das Werk in Grünheide besucht und war mit seinem Sohnemann auf den Schultern da und hat ihm quasi sein Werk gezeigt in Germany, das ist doch auch mal cool. Das ist auch mal cool für den Nachwuchs, das ist sicherlich cool. Die meisten Mitarbeiter hat es auch sicherlich gefreut, hier den CEO nochmal persönlich hier in Deutschland zu sehen. Ja, der Aktie hat es jedenfalls nicht geholfen. Nee, also man hätte auch sagen können, er ist weggerannt vor dem US-Aktienkurs. Nein, Spaß beiseite, er möchte natürlich auch noch angreifen mit zwei weiteren Modellen. Im Oktober hat er das angekündigt, die sind noch nicht da, aber der Zeitplan wurde schon veröffentlicht in den USA und zwar soll es 2025 im Sommer zu weit sein. Model Q und das andere heißt, wir kennen es nur unter dem 25.000 Dollar mit Tesla. Also ein preiswertes Modell soll da noch kommen unter dem Model 3 angesiedelt und in Mexiko vom Band rollen. Bis die in Deutschland angekommen sind, kann es also noch ab heute gerechnet locker eineinhalb Jahre dauern. Ja, in der Tat, darauf warten schon viele auf ein günstigeres Einstiegsmodell entsprechend, womit man dann vielleicht auch etwas breiter den Massenmarkt bedienen kann, weil vielen ist ein Tesla doch dann noch deutlich zu teuer, muss man ganz klar so sagen, auch dem Mittelverdiener möchte ich mal sagen. Und ja, da dürfte es schon spannend sein, wenn man dann auch im Bereich von 25.000 Dollar mit ein paar Add-ons dann vielleicht bis in den Bereich von 30.000 Dollar was anbieten kann. Und da könnte man sicherlich auch viele Modelle absetzen. Die Margen werden natürlich vermutlich deutlich geringer sein, auch bei einem kleineren Modell, als bei den etwas größeren Modellen. Aber man darf gespannt sein, aber es wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir das Modell dann auch hier in Europa sehen werden. Ja, wir blicken erst nochmal nach vorne, was wir in der nächsten Woche sehen werden. Du hast es schon angedeutet, Mittwoch gibt es die Notenbank-Sitzung der FED und Mittwoch kommt auch an Quartalszahlen in Pindu, du um die Ecke. Genau, in der Tat, dann die Pindu, die haben wir auch schon das eine oder andere mal hier angesprochen und die können wir uns gerne vor den Zahlen hier auch nochmal anschauen. Entsprechend, es war ja im letzten Jahr einer der stärksten Werte. In diesem Jahr kam sie jetzt etwas zurück, ist doch unter Druck geraten, hat hier nicht ganz den 200-Tage-Durchschnitt getestet, schon etwas oberhalb dieses Niveaus bei ca. 100, 910 Dollar Kaufinteresse gefunden. Jetzt eine positive Woche hier auch entsprechend hingelegt, von daher muss man schauen, 50-Tage-Durchschnitt aktuell doch schon abwärts gerichtet, 100-Tage-Durchschnitt relativ neutral. Das heißt, das durchaus auch ein Widerstandsniveau, das es erst nochmal zurück zu erobern gilt und darüber wäre dann sicherlich fast der Weg frei auch Richtung Jahreshochs. Aber aktuell ist es jetzt eher eine Konsolidierung, die wir gesehen haben und da dürften die Zahlen durchaus spannend sein, ob der Ausbruch auf der Oberseite gelingt, wie wir es hier schon zu den Zahlen auch im November gesehen haben, als wir eine sehr, sehr starke Rallye gesehen haben oder ob hier nochmal Druck in den Wert reinkommt. Und von daher sicherlich eine spannende Aktie für die nächste Handelswoche. Eine habe ich noch für die nächste Woche, die auch spannend ist, auch vor dem Hintergrund, dass die Konjunktur ja robust läuft. Das ist die Federal Express. Die hatten ja auch ein Sparprogramm im letzten Jahr angekündigt und sind schon in der Umsetzung. Die Deutsche Post, die bremst so ein bisschen aus als großer Konkurrent DAL international. Vielleicht kann FedEx profitieren. Genau, wäre in der Tat ein mögliches Szenario. Die Aktie kommt nicht so richtig vom Fleck. Auch im Jahr 2024 hat sich nicht allzu viel getan. Zunächst die Schwäche, dann jetzt doch Stärke in den letzten drei Handelswochen. Die kleinen Durchschnitte relativ neutral hier ausgerichtet, aktuell ohne große Aussagekraft. Von daher die 250-Dollar-Marke ist sicherlich auch ein psychologisch wichtiges Niveau, das es hier zu halten gilt. Darüber bei Stärke wäre dann auch Raum gegeben, bis in den Bereich von ca. 270 Dollar. Das war eine wichtige Widerstandsmarke in der Vergangenheit. Aber wir sehen hier schon, nach den letzten Zahlen gab es doch ein größeres Gap auf der Unterseite und seitdem hat sich nicht allzu viel getan. Von daher, die Aktie wartet durchaus hier auf neue Impulse. Ja, und auf neue Impulse muss man nicht warten hier bei unserer Berichterstattung, denn am Montag sind wir schon wieder zusammen und referieren darüber, welche Aktien denn in dieser Woche dann am Ende der Verfallswoche am besten und am schlechtesten gelaufen sind. Und wer interaktiv seine Fragen stellen möchte, der ist eingeladen, sich zu registrieren. Genau, und da gehen wir dann gerne auch auf die eine oder andere Aktie ein, die wir hier nicht auf dem Schirm haben und die wir vielleicht auch selbst noch nie näher analysiert haben. Aber das ist immer ein spannendes Thema und von daher freuen wir uns auf alle Teilnehmer am Montag um 10.30 Uhr. Von daher gerne anmelden und dabei sein. So machen wir das. Deutsche Sommerzeit übrigens, da muss man nichts weiter beachten. Danke für die vielen Infos, Roland Jägen und schönes Wochenende schon mal. Wünsche ich auch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf dann, ciao.